Es ist mir eine besondere Ehre, heute hier im Studio 1 der Neuen Welle zu sitzen und gemeinsam mit Carsten Penz den Podcast zu machen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jan Zipperer. Ich soll noch die Uhr starten. So, jetzt. Achso, ja stimmt. Über was sprechen wir heute? Über was sprechen wir heute, Carsten? Ja, was hast du mitgebracht, Junge? Große Ding hier. Ja, ich habe eine Meldung aus dem letzten Jahr, Amok-Alarm in Ettlingen an einer Schule. Das hat jetzt, das wurde jetzt aufgeklärt, was da so passiert ist. Also das war ja ein Fehlalarm. Ja, ich erinnere mich, ja. Ja, ich übrigens auch. Also das hat schon Wellen geschlagen in der Region und gerade wir hier auch in unserem Medienhaus, da habe ich sogar noch eine richtige Erinnerung dran. Und deswegen fand ich es umso interessanter, weil jetzt so Polizei, Schule, alle haben sich so ein bisschen, Justiz hat jetzt so alles mal so durchgedödelt. Und den Fall hole ich nochmal zurück. Was schätzt du, wo liegt, also ja, sehr spannend, freue ich mich drauf. Also gucken, was du da rausgefunden hast. Was glaubst du, auf welchem Platz liegt Karlsruhe, wenn es darum geht, die Blitzer-Hauptstädte Deutschlands? Auf welcher Platzierung steht Karlsruhe? Karlsruhe-Land oder auch Karlsruhe-Karlsruhe-Stadt? Karlsruhe-Stadt, die 50 größten Städte Deutschlands, wurden untersucht von einer Hamburger Anwaltskanzlei. Wo wird am meisten geblitzt? Wo wird am häufigsten geblitzt? Wo stehen die meisten Blitzer? Also, ich sag mal, Top 10 ist es auf jeden Fall. Echt? Ja. Ja gut, sonst hättest du es nicht mit reingenommen. Also klar, jetzt beim Übernachdenken, wenn es jetzt Platz 49 gewesen wäre, wäre es keine Meldung wert. Doch, wäre auch eine Meldung. Weil dann sagt man, ja, seht mal her Leute, es käme noch viel schlimmer. Okay, Top 10. Ich nehme Platz 6. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Ist okay für mich. Aber das zum Beispiel beschäftigt mich jetzt. Jetzt möchte ich wirklich wissen, kennst du das? Etwas, was dich vorher nicht aktiv interessiert hat, ist jetzt aber on top. Ja, deswegen machen wir das ja. Weil das sind wir alten zwei Radio-Fuchse. Füchse. Füchse, ja stimmt, Füchse. Füchse. Du hast wieder an Faxe gedacht, an dein Lieblingsbier aus Dänemark. Ja, das einzige Bier, was in einer vernünftigen Dose verkauft wird. Eine 1-Liter-Dose. Habe ich übrigens gestern gesehen. Das habe ich gestern getrunken. Nee, aber nee, das ist mir, das war mir schon, ich war gestern an der Tankstelle, an der Aral-Tanke und habe mir zwei Bier gekauft. Zwei-Fach. Ich hätte so richtig zwei, so Lust auf Bier. Ja. Und ich bin ja nicht so ein Bierkenner wie du. Ich nehme immer, ehrlich gesagt, was mich von Ausnahmen spricht. Ja, ich auch, Lobo. Ich bin auch kein Bierkenner. Echt nicht? Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich hasse auch Craft Beer. Es gibt ja mittlerweile Bier-Sommelier. Ja, furchtbar. Gibt's aber. Und wir trinken das aus dem Weinglas. Nein. Nee, ja doch. Weil es dann noch seine Aromen besser entfalten kann. Das ist doch alles Bullshit. Ja, brettern muss es. Es muss kalt sein. Es muss scheppern, es muss kalt sein. Nee, und dann hatte ich aber... Verfügbar. Verfügbar muss es sein. Genau. Und an der Tankstelle, das ist ja großartig, also da gibt's ja immer Bier, auch wenn der Supermarkt schon zu hat. Und da habe ich wieder eine Faxe gesehen. Also da gibt's das Faxe noch. Ich glaube, Faxe gibt's auch nur an der Tankstelle, oder? Hast du das schon mal im Supermarkt gesehen? Gibt's das auch im Supermarkt? Also wahrscheinlich in so größeren, also in so Einkaufs-, wie sagt man, was ist der Unterschied zwischen Supermarkt und Real? Es gibt Discounter und Supermärkte, da gibt's einen Unterschied. Real wie ein Supermarkt. Allerdings ein Discounter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Real hier am Haxfeld gehe, dann... Der ist ja riesig. Ja, der hat es schon lange nicht mehr gibt, aber ja. Scheiße. Wie heißt der denn? Nee, an der Pulverhausstraße, bei Porsche. Wo der jetzt gegenüber auch ein Aldi ist. War das auch ein Real? Ich weiß es nicht. Das ist ein Real, das ist ein Real. Gibt's da noch? Das ist ein Real. Gibt's da noch ein Real? Na klar, da war ich drin, da habe ich meine enttäuschenden Silvesterknaller gekauft. Ah, okay. Ja. Das finde ich ist schon, da kannst du auch einen Fernseher kaufen. Das ist für mich kein Supermarkt mehr. Ja. Ist aber glaube ich noch, gibt's da nochmal eine Kategorie? Größer als... Das habe ich dich gefragt. Ja, ich frage die Allgemeinheit. Ich frage mein Gehirn. Wie nennt man das? Einkaufszentrum? Nee, Einkaufszentrum? Ja, doch, doch, natürlich. Einkaufszentrum. EKZ? Das ist ein EKZ. Das ist ein Einkaufszentrum. Ja, das ist ein Einkaufszentrum. Also, wo war ich... Ja, aber ich glaube, das Einkaufszentrum... Also, gehen wir mal vom Beispiel am hier Durlacher Tor. Wie heißt das nicht? Durlacher Tor. Durlach Center. Durlach Center. Das ist für mich ein Einkaufszentrum, weil da gibt es einen Sportartikelhersteller, da gibt es einen Elektrofachmarkt, da gibt es ein Reisebüro, da gibt es einen Drogeriemarkt und da gibt es einen Supermarkt. In diesem Supermarkt kann man auch alles kaufen, vom Fernseher bis zum Kinderwagen. Aber das ist für mich immer noch ein Supermarkt. Aber das gesamte Konstrukt wäre für mich ein Einkaufszentrum. Nennen wir ihn doch Megamarkt. Beim Reel gibt es auch eine Brötchenbude gegenüber und es gibt, ich glaube, es gibt sogar einen Schlüsseldienst. Und es gibt den Pfälzer Grill. Der steht zwar draußen. Ja, der macht den Unterschied. Pfälzer Grill macht auf jeden Fall den Unterschied. Dann ist es ein super Supermarkt. Das ist ein Gigamarkt. Aber es ist eine Institution, der Pfälzer Grill, muss man einfach sagen. Wirklich lecker. Gut, wir schweiften ab. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da reingerutscht sind in die Geschichte. Die kamen von den Blitzern, den Teasern zum Supermarkt. Genau. Dann wollten wir jetzt, gibt es irgendwas Neues? Wegen der Faxe. Du bist zum Biertrinken gekommen, eine Faxe. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es im Real eine Faxedose gibt. Falls es diesen Real überhaupt noch gibt. Das bezweifle ich ja. Na, ich war doch drin jetzt am... Ja, ist das noch ein Real? Natürlich, das ist natürlich. Was soll das sonst sein? Ja, weiß nicht, weil der Real am Durlach Center ist ja jetzt ein Kaufland. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, das könnte auch ein Kaufland sein. Real wurde ja verkauft. Aber einige wenige Realsupermärkte sind, glaube ich, übrig geblieben. Ich stehe gerade in Gedanken vor diesem Ding und versuche auf das Dach zu gucken. In Mannheim ist es ein Globus geworden. Da ist der realen Globus. Jetzt. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Real noch. Es ist der einzige Real in Deutschland. Den haben sie erhalten als Museum. Als Erinnerung an die gute alte Zeit. Der Supermarkt ist noch real. Ich war letztens mit meinem Sohn beim Friseur. Aber warum bist du nicht drangekommen? Doch, ich bin drangekommen. Und musste vier Euro zahlen. Was? Strompauschale. Also Energiepauschale. Doch, es war. Und darüber, das habe ich mir so als Thema jetzt aufgeschrieben. Ist da unten drauf auf der Rechnung? Ja, du kriegst einen Zettel danach in die Hand, da steht drin, Herrenschnitt 35 Euro, Kind 28 Euro und dann steht nochmal Energiepauschale 4 Euro. Wow. Und dann zahlst du das irgendwie so. Und ich war. Aber sind deine Haare jetzt kürzer? Ja. Aber du hast schon noch lang. Ja, ja. Du hast immer die Mütze auf, ne? Jetzt habe ich die Mütze auf, genau. Aber sonst würde ich fragen, was macht dein Friseur beruflich, ne? Also, das fand ich irgendwie ein Ding. Also das fand ich einfach ein Ding. Dann bin ich hier in den Sender gekommen und dann habe ich das der Kollegin Wanya erzählt. Und die meinte, sie hat letztens beim Lieferdienst 1,50 Euro Lieferpauschale drauf gelatzt. Einfach so. Also du bezahlst normal, du rufst dort an beim Lieferdienst, zahlst irgendwie 8,50 Euro für deine Pizza. Ja. Und der kommt dann und sagt 10. Ja. Und dann hat sie überlegt, was ist los, habe ich mich verguckt oder so? Und dann steht eben da auch 1,50 Euro Lieferpauschale. Ah, okay. Und das hat uns so ein bisschen ins Grübeln gebracht, weil natürlich wissen wir alle, dass die Energiepreise gestiegen sind. Aber ich habe mir so gedacht, das muss man einem nochmal vorher sagen. Ja, vielleicht steht das ja irgendwo, aber man guckt da halt nicht drauf. Auch wenn man 100 Mal beim gleichen Lieferdienst bestellt, dann weiß man halt und dann ist das halt auf einmal so. Ja. Ich war letztens bei meinem Pizza-Stammladen und da hat er mir die Pizza zu günstig berechnet. Oh, und jetzt, oh, halt stopp. Halt stopp. Was macht man? Was hat er gemacht? Hat er gesagt hier oder ist er gegangen? Das ist die große Frage. Warte mal, bevor du antwortest. Natürlich hast du es gesagt. Ja, natürlich habe ich es gesagt. Na klar. Ich habe gesagt, Moment, das kann nicht sein, das ist zu günstig. Und ja, nun haben sie sich gefreut, weil er hat mir statt der Großen die Normale berechnet. Aber ich meine natürlich eine große Pizza. Entschuldigung, bitte. Gut, wir wollten über was sprechen? Carsten, fangen wir doch mal an mit unserem Podcast. Das war schon mein Thema. Vier Euro waren schon mein Thema. Das war schon mein Thema. Bist du jetzt doll enttäuscht? Nee. Doch, oder? Sei ehrlich, komm. Was hattest du noch am Anfang gesagt? Aber du wolltest noch später über was gar nicht so Lustiges sprechen, über den Amok-Fehler. Ja gut, wir wissen ja, das war nur ein Fehl-Alarm. Also es ist trotzdem nicht lustig, weil da ganz viele Sachen. Aber es gibt auch etwas Gutes, was daraus entstanden ist. Reden wir nachher mal drüber. Jetzt reden wir über die Blitzer-Position Karlsruhe. Ich hatte sechs gesagt. Du hattest Platz sechs gesagt. Also, mega spannend. Auf Platz eins steht Wuppertal. Was ist da los? Da stehen die meisten stationären Blitzer und auch die meisten mobilen Blitzer. Leider habe ich die Tabelle falsch ausgedruckt und kann jetzt nicht mehr sehen, wie viele Blitzer da stehen. Aber egal. Also Wuppertal auf Platz eins, Bonn auf Platz zwei, Freiburg auf Platz drei und Karlsruhe auf der vier. Im Schnitt stehen in Deutschlands 50 größten Städten 17,7 feste sowie 3,6 mobile und teilstationäre Blitzer pro Tag. Und die meisten Messgeräte gibt es in Hamburg. Aber warum steht in Hamburg dann nicht auf Platz eins? Weil das wahrscheinlich gemessen an der Bevölkerungszahl ist. Ja, genau. Ja, siehst du. Genau. Und Wuppertal eben auf der 1, Bonn auf der 2, Freiburg die Fahrradstadt auf der 3, Karlsruhe auf der 4, Stuttgart auf der 6 und Mannheim auf der 21. Okay. Es hat eine Hamburger Rechtsanwaltskanzlei hat das ausgewertet und mal eine Umfrage in Auftrag gegeben und eben gesehen, dass das die aktuelle Blitzer-Statistik ist. Ich hätte vom Feeling her gedacht, Karlsruhe, da wird schon viel geblitzt, also was wir auch immer so durchgeben. Ich meine, ist ja Teil unseres Jobs, was beim Charlie vor allen Dingen, du weißt es, du hast ja auch die Vormittags-Sendung mal moderiert, da kommen teilweise 10, 12 Blitzer zusammen in den 5 Stunden, die du gleichzeitig vorzulesen hast. Deswegen war ich überrascht, dass Karlsruhe nur auf der 4 gelandet ist. Tatsächlich aber, wenn man es vergleicht, Mannheim auf der 21, dann ist 4 ganz schön weit vor. Doch, auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, diese ganzen Festen, die sagen wir ja gar nicht durch. Oder nur manchmal, wenn jetzt wirklich jemand gerade da reingerauscht ist und sagt, okay, der ist heute aktiv. Und Karlsruhe hat natürlich durch den Caroline-Luise-Tunnel auch nochmal zwei neue Blitzer dazubekommen. Einfach so, weil die haben sie ja da fest installiert in diesem Tunnel. Und da sind ja auch schon ordentlich Leute reingerauscht. Ich weiß nicht, wir hatten das irgendwann mal auch im Podcast, wo wir gesagt haben, der ist jetzt eine Woche offen und wurde schon über tausendmal der Blitzer ausgelöst. Es war ja auch so, dass es dieses Gerücht gibt, dass du im Tunnel gar nicht blitzen kannst. Dass da diese Radarmessung nicht funktionieren würde und dass es da zu hell ist, hieß es immer. Hatte ich irgendwie im Kopf, dass man im Tunnel nicht blitzen darf. Das glaube ich nicht. Ja, wie man sieht, ist es auch Quatsch. Ja, weil das wird ja auch gar nicht irgendwie über Infrarot mehr gemacht, sondern das sind ja so Kontaktschleifen, die sie direkt eingebaut haben, ob du zu schnell fährst oder nicht. Das kann man ja innerhalb kürzester Zeit messen. Hast du gewusst, dass es auch einen Blitzer gibt, einen akustischen Blitzer? Das wird gerade in Berlin getestet und es gibt es auch, es kommt glaube ich aus Italien, der mit Mikrofonen ausgestattet ist und dann ein Foto von deinem Auto macht, wenn es zu laut ist. Ja, das habe ich irgendwo gelesen, dass es das irgendwo gibt. Das wird gerade in Berlin getestet und wenn du aber da geblitzt wirst, wirst du noch nicht strafrechtlich verfolgt, weil es ist einfach erstmal nur ein Test. Aber wie geil wäre das denn? Wie geil fände ich das denn? Akustische Blitzer. Ich weiß, du bist ja so ein Typ, da hatten wir schon öfters hier im Podcast drüber gesprochen, der es ganz geil findet, wenn ein Auto krach macht. Das ist ein toller Sound, das ist was Feines. Also wirklich Leute, wenn es richtig scheppert. Nee, nee, absoluter Quatsch muss ich sagen und ich hasse das. Und auch Motorräder. Oh, herrlich. Ehrlich? Ja, natürlich. Das findest du gut. Das find ich richtig gut. Wenn mich so ein ultra lautes Motorrad überholt, dann denke ich immer nur, was für eine arme, arme Wurst. Nein, überhaupt null, wirklich. Wir haben bei uns einen Nachbarn, ich wohne ja in der Stadt und der hat sich jetzt ein neues Motorrad gekauft, ich will die Marke nicht sagen. Und dieses Motorrad hat ein bisschen mehr Wumms und es hat auch modifizierte Auspuffanlage. Da gibt es ja so Auspuffanlagen, da kannst du dann so einen Schalter betätigen und dann gehen die Klappen auf und wieder zu. Und so weiter. Dann kann man es lauter und leiser machen. Exakt. Oh Gott. Und das ist immer ein Riesenthema bei uns zu Hause, weil der steht manchmal direkt unter unserem Balkon und wenn der sich draufsetzt und das Ding anlässt, dann gibt es zwei Reaktionen bei uns in der Wohnung. Meine Frau, die völlig am Fluchen ist und ich, der mal so ein bisschen neidisch sagt, ja Junge, lass das krachen, jetzt geht es los, ich wäre da gerne dabei. Nimm mich mit. Unvorstellbar, wie wir da so weit auseinander liegen können, das kann ich. Aber jetzt habe ich noch eine Meldung. Hast du gewusst? Ich würde gerne deiner Frau einen Eimer Wasser. Ich habe schon so oft überlegt. Oh komm, jetzt bitte nicht dieses Spießer, Rentner, 70er Jahre. Hast du mal, ich habe einen Eimer Wasser mal auf den Kopf gekriegt, weil ich zu laut war. Ohne Scheiß. Mir hat ein Nachbar, weil ich Fußball gespielt habe, immer gegen die Hauswand, hat mir einen Eimer Wasser auf den Kopf geschüttet. Und weißt du, was passiert ist? Ich bin nach oben gegangen, ich war ein ganz kleiner Junge noch, ich war so sieben oder acht oder so. Ich bin nach oben gegangen, mein Vater hat das gesehen und ist beim Vater mit mir runtergegangen und er hat den so zur Schnecke gemacht. Ach richtig, der musste sich bei mir entschuldigen. Mein Vater, der macht die Tür unten auf, es war auf dem Sonntag, und er macht die Tür unten auf und mein Vater direkt in die Wohnung rein, mich hinterhergezogen, gesagt, wer war das? Und dann war der Vater von dem, der mir das drauf den Kopf gemacht hat. Ach, das war ein Junge. Ja, der war 17 oder 18, hat am Tag vorher gefeiert und wollte schlafen. Und mein Vater rein in das Zimmer, der lag noch im Bett und hier oben, da musste der sich bei mir entschuldigen. Also ich habe nur einmal bei mir aus dem Fenster geschaut, da hat irgendjemand Böller auf die Straße geworfen, aber vor oder nach der Zeit, wo das erlaubt war, ich glaube danach, also am 2. Januar oder so oder am 3. Januar, die habe ich schon 100 Meter von der Straße zu mir in die Richtung laufen sehen, auf meinem Bürgersteig. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und ich habe gesehen, wie das eben so 2, 3 vorlaute Teenager waren, die halt einfach nur immer wieder, die ganze Zeit, bang, 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 die ganze Zeit knallt. Und also rein von der Zeit her wäre es easy peasy möglich gewesen, dass ich ins Badezimmer gegangen wäre, den Eimer kurz so aufgefüllt hätte. Und ich hätte sie wirklich perfekt erwischt, als sie unter meinem Fenster standen. Aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Aber... Das ist Körperverletzung mittlerweile. Ja, aber diese Lärmbelästigung auf jeden Fall auch. Verrückt, ja. Aber ich habe noch eins zu dem Ursprungsthema und zwar zum Blitzen, Verkehr, tolle Ideen. Und zwar hatte ich jetzt mal, ich glaube bei, im Fernsehen habe ich das gesehen, da gab es die Idee, den Asphalt so zu modifizieren, dass wenn du in genau der richtigen Geschwindigkeit fährst, wird eine Melodie. Ja, das gibt es in Holland gibt es das, ja. Ja, durch das Abrollgeräusch wird ein Beatles-Song oder irgend sowas kommen zu schnell. Und wenn du eben zu langsam fährst, dann leiert die Platte. Wenn du zu schnell fährst, stimmt es auch nicht mehr. Und das haben sie aber wieder rückgängig gemacht, weil nämlich Anwohner sich geschwert haben, dass sie ständig diese Scheiße sich anhören müssen. Aber die Idee fand ich irgendwie doch cool. Das habe ich irgendwie gefeiert. Der singende Standstreifen. Gab es sogar mal bei Wetten, dass... War auch jemand, der anhand des Standstreifen-Geräuschs erkennen konnte, wie schnell das Auto gefahren ist. Das war? Wow. Weiß ich aber nicht mehr, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, also das finde ich auch witzig. Aber klar, die Anwohner waren ultra genervt. In Holland oder irgendwie an der holländischen Grenze wurde das mal getestet. Ich erinnere mich. Das ist eine schöne Geschichte. Welcher Song... Da muss man auch echt gucken, welchen Song du nimmst. Baby, you can drive my car. Du, 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 yeah. So, rufen wir jemanden an, wa? Och, ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie man drangeht. Ich hatte Tanja vom letzten Wochenende, weißt du, die... Wie ist die Tanja? Die ist doch Sabine oder so. Ich habe sie mir als Tanja abgespeichert. Du hast sie gleich abgespeichert, bei dir auf dem privaten Handy. Nein. Habt ihr euch noch getroffen? Nein, aber Tanja meldet sich und ich glaube wirklich, sie heißt Tanja. Ich kann gleich mal nachgucken, die hat heute schon wieder geschrieben. Wenn du sie unter Tanja abgespeichert hast, dann heißt sie da Tanja, aber die ist doch Sabine. Ich habe sie ja gar nicht abgespeichert, ich habe sie mit dem Kopf abgespeichert unter Tanja. Jetzt bin ich völlig... Ja, ich wundere mich auch. Jetzt guck ich mal, weil... Ich kann mal unseren Podcast bei Spotify anhören, vom letzten Mal. Und dann sage ich dir, guck mal, die Stelle hören. Ich finde sie hier, pass mal auf. Also jetzt rufen wir aber jemanden anders an, ne? Also das ist nur, dass das jetzt gar nicht zu verwirrend wird. Wo ist denn das Profilbild? Giering. Hallo Herr Giering, hier sind Carsten und Jan vom Radiosender Die Neue Welle aus Karlsruhe. Grüße Sie. Hallo. Ja, wir zeichnen gerade unseren Podcast auf, 29, 59 und quatschen immer mit jemandem, der uns eine WhatsApp ins Studio geschickt hat als letztes. Ja. Inhalt ist immer so ein bisschen, was machst du gerade, wie läuft's und so. Und das Einzige, was du natürlich sagen musst, ist, ja, können wir machen, weil wir zeichnen das ja auf und veröffentlichen das. Und wenn du jetzt aber sagst, nee, will ich nicht, dann legen wir wieder auf. Nee, dann können wir ja gerne machen. Super. So schön hast du es noch nie erklärt. Wer ist denn dran? Mario Gieringer. Mario. Wo erwischen wir dich gerade? Was machst du? Das interessiert uns immer hier im Podcast, damit wir mal so einen kleinen Einblick bekommen, was denn unsere Hörer und Hörerinnen so machen. Also ich bin jetzt gerade momentan zu Hause für die Neue Welle. Okay, hast du frei heute oder? Jetzt bist du ganz schlecht zu verstehen, lieber Mario. Hast du das Handy am Ohr oder hast du eine Freisprecheinrichtung? Und weg. Tja. Aber... Da kommt er wieder? Jetzt ist er wieder weg. Mario? Mario. Ja. Ah. Okay. Bist du im Hobbykeller gerade? Nein. Gut, magst du mal ans Fenster gehen? Ja, ich bin gerade am Fenster, ist das besser? Wo bist du denn überhaupt? Also wo sind wir gerade? Wo erwischen wir dich? Ähm, warte mal kurz. Also ihr wischt mich in der Wohnung. Ich habe eine Kellerwohnung oder mir habe ich eine Kellerwohnung. Aha. Und in welcher Stadt? In Rennchen-Ulm. In Rennchen-Ulm? Genau. Da hörst du uns. Das ist ja ganz... Ja, da hörst du nicht. Ach, deswegen ist die Verbindung so schlecht. Das erklärt uns... Es gibt ja dieses Mond und Rennchen-Ulm. Also es ist ja sozusagen eine Entfernung. Ja. Was machst du denn in Rennchen-Ulm, Karsten? Weißt du, wo das ist? Rennchen-Ulm. Also Ulm weiß ich, ist ganz weit weg. Nein, das ist das andere Ulm. Wie? Es gibt noch ein anderes Ulm, das ist hier in der Nähe. Dann bin ich völlig raus, dann weiß ich gar nicht mehr, wo wir sind. Ab fünf Achan und dann kommt Rennchen und dann kommt Appenweier und zwischen Rennchen und Appenweier, da ist Ulm. Ja, genau. Sehr gut, Jan. Sehr, sehr schön. Das ist ja schön, dass da auch die neue Welle gehört wird. Wie kommst du denn da? Bist du nicht eher so ein Hit-Radio-Ohr-Hörer dann eigentlich? Nee, ich habe schon immer so eine neue Welle gehört und über die Alexa bekomme ich das. Ah, okay. Weil ansonsten würde mich ja hinten nur Hit-Radio-Ohr oder Regenbogen empfangen. Okay, verstehe die Problematik. Ja, voll cool, dass du uns hörst irgendwie. Dankeschön. Ja. Sehr schön. Und wie ist denn Rennchen-Ulm? Ich war ja früher in Saarsbach, war ja unter Heimschulländer war ich ja gewesen. Ja. Und warst du auch auf der Länder? Nee, ich war nicht auf der Länder. Ach so, okay. Und tschüss. Aber da war Ulmer Bier, war bei uns immer ein ganz großes Thema. Ja, das gibt es immer noch. Das ist auch ziemlich gut, muss ich sagen. Trink ich auch gern. Ja. Doch, schmeckt auch gut. Mega. Ich habe nur gute Erinnerungen ans Ulmer Bier. Also wenig Erinnerungen, aber das lag daran. Die erste halbe Stunde noch. Was machst du denn in Rennchen-Ulm? Was lernst du, studierst du, bist du ausgelernt? Was machst du so? Nee, also ich bin ausgelernte Alterspfleger, Frankerpfleger. Und habe mich jetzt umentschieden und gehend verkauft. Also ich arbeite nicht mehr auf dem Beruf, ich gehe jetzt in den Verkauf. Aber nach Rennchen-Ulm hat mich immer meine Partnerin gezogen. Die wohnt in Achan oder war schon in Achan. Ich wohne in Oberkirchen und dann habe ich mir so ein Mittelding gesucht, wo wir eine Wohnung finden. Ja, und jetzt sind wir schon seit sechs Jahren in Ulm und da bin ich auch in der Feuerwehr. Ah ja. Und was willst du jetzt verkaufen? Also weißt du da schon was oder wie? Ja, Bäckerei, also Silialleitung in der Bäckerei. Ah, super. Wie ist das heutzutage? Wann fängst du an in der Bäckerei? Müsst du dann noch um drei Uhr anfangen? Nee, das ist nicht mehr so, oder? Nee, also meistens werde der Lade so um sechs dann aufgemacht. Aber man kann um vier schon im Geschäft sein, weil man natürlich die ganze Backware halt einräumen muss. Ja, ich sehe das immer, bei mir gibt es auch eine Bäckerei und da bin ich immer ganz tröstlich, wenn ich da dran vorbeifahre, morgens auf dem Weg zur Arbeit. Es ist ja auch noch sehr früh, dass da jemand schon ist, dass da schon Licht brennt. Da ist ein Lkw-Meister vor, Laderampe runter und dann werden da auf so gelben Kisten die Weckel reingeräumt. Genau. Und dass du den Beruf jetzt gewechselt hast, hat das vielleicht was mit Corona zu tun? Oder einfach mal, war es nicht deine Erfüllung, einfach mal was anderes? Nee, es liegt daran, dass ich halt aus dem Beruf nicht mehr arbeiten kann, weil ich drei Jahre schon schwer krank war, zwei Kopf-OPs hatte, dann schwere Depressionen und einfach halt auf der Pflege nicht mehr arbeiten kann. Und ich arbeite gern mit Menschen und dann bin ich so ein bisschen auf den Verkauf gekommen. Nach dem zweieinhalb Jahr, wo ich jetzt krank war, bin ich wieder ins Arbeitsleben gestartet und da habe ich mich im Verkauf probiert und habe gemerkt, dass das geht wenigstens. Weißt du, Mario, ich finde das total schön von dir, dass du den Mut hast, einfach so das zu erzählen. Also man hat jetzt gerade gemerkt, da hast du für dich eine Entscheidung getroffen, weil viel wird ja noch nicht so über dieses Tabuthema Depression gesprochen. Es betrifft viele, ja, mal mehr, mal weniger und da tut sich ja gerade was, auch so durch gerade Comedians, so Kurt Krömer zum Beispiel, der jetzt auch ein Buch geschrieben hat und der das auch, sage ich mal, sehr offensiv angegangen ist und das ist toll, dass du, also kannst du dir jetzt ein Ei draufbacken, ob ich das sage oder nicht, aber ich finde es toll, dass du das gerade so ganz wie so eine kleine, ja, wie so selbstverständlich einfach rausgehauen hast. Ja, das war eine lange Zeit, aber bis das gebraucht hat, also es hat schon viele Kliniker auch gebraucht und ja, das ist noch ein bisschen ein Tabuthema bei vielen Leuten, das stimmt, ist aber schade. Ja, das ist, aber schön, genau, es wird immer mehr thematisiert und es fällt immer leichter. Es fällt ja auch uns jetzt nicht leicht, darauf einzugehen, dass du das gesagt hast, aber auch gut, wie Carsten damit umgegangen ist. Ja, ich meine, das erste Mal für mich aufgetaucht ist es mit Robert Enke. Ja, erinnert ihr euch noch an den Torwart, der eigentlich alles hatte, ja, eine Karriere, eine tolle Frau, Kinder, Familie und Nationaltorwart auch war und sich dann von Zug geworfen hat? Ja, genau, da kann ich mich auch ganz gut dran erinnern. Ja. Da kamst du bitte mal auch in die Nähe und... Stimmt, das hat tatsächlich einiges bewegt, wenigstens etwas, für was es gut war. Ja, ich fand, also Mario, mega, dass wir kurz Einblick in dein Leben erhaschen durften. Schön mal wieder jemand aus Rennchen, Ulm, Oberkirch... Trinkst du Bierchen mit, ja? Trinkst du Bierchen mit von uns? Das war lange Zeit meine Heimat, ich war da viel unterwegs in Oberkirch, im Ocean. Im Ocean waren wir immer, aber das gibt es schon lange nicht mehr, das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee, das gibt es schon lange nicht. Und das war eine gute Zeit, Rennchen-Ulm. Unser Verkaufschef kommt ja von daher, Daniel Poppeck, der wohnt da. Ah, okay. Der, der, also wir haben auch, die neue Welle hat auch eine sehr wichtige Verbindung nach Rennchen-Ulm. Ja. Ja, Mario, wir wünschen dir alles Gute. Vielen Dank, dass du da unten für uns die neue Welle-Stellung hältst. Ja, genau. Wir müssen ihm eigentlich so eine Fahne zuschicken, die er so aus dem Fenster hängt, weißt du, so, neue Welle wird hier gehört. Ich gebe mal den Daniel Poppeck, geben wir sie mit und er soll sie bei der Feuerwehr abgeben. Wir finden dich. Mach's gut, Mario. Alles klar, danke. Danke, bis dann. Tschüss. Mega. Ja, wieder toll, ne? Also, am Anfang ein bisschen schwierig. Mit der Handy-Verbindung. Es ist ja immer schwierig, das erstmal zu erklären. Ich meine, stell dir vor, du bist irgendwo zu Hause in der Kellerwohnung und es klingelt das Telefon und es sagt jemand, du bist jetzt Teil unseres Podcasts. Ich wusste gar nicht mehr, dass es überhaupt noch Kellerwohnungen gibt, diese Souterrain-Wohnungen. Ich liebe Kellerwohnungen. So, ja. Kellerwohnung ist das Beste. Wie, hä? Ich habe noch nie in der Kellerwohnung gewohnt. Kellerwohnung ist aller Beste. Hast du mal in der Kellerwohnung gewohnt? Ja. Ja, im Sommer super, im Winter super. Ja, im Sommer, im Winter auch. Immer super, Kellerwohnung ist immer spitze. Wollen wir noch ein Thema machen oder wollen wir den Sack jetzt zumachen? Wir haben nur noch drei Minuten. Ja, was sollen wir denn, sollen wir dann uns drei Minuten anschweigen? Klar, willst du doch schnell dein Thema, mach doch schnell dein Thema. Ettlingen, hallo. Ja, also am 5. Juni, Leute, Marianne und ich, wir haben es gerade ja gesagt, irgendwie haben alle noch Erinnerungen dran, riesen Thema in der Region, Amok-Alarm ausgelöst an einer Ettlingen Schule oder an einem Ettlingen-Schulkomplex und man hat das jetzt echt aufgearbeitet und da sind viele, viele Sachen auch ans Licht gekommen, die man besser machen kann und jetzt auch macht. Erstmal muss man dazu sagen, dass es ein Junge damals war, der diesen Amok-Knopf gedrückt hat. Daraufhin hat sich natürlich eine Wahnsinnskette in Bewegung gesetzt, also sowohl was Polizei betrifft, die war damals mit einem Großaufgebot da, schwer bewaffnete Männer sind auf das Schulgelände gekommen. Die Schülerinnen und Schüler, die noch in der Schule war, das war ja so auf dem Nachmittag ein bisschen, die haben natürlich eine ganz schreckliche Zeit gehabt, weil sie natürlich nicht wussten, dass es ein Fake-Alarm war. Das heißt, die Türen wurden abgeschlossen, unter den Bänken wurde sich versteckt, so wie man es halt machen soll und dann waren besorgte Eltern auf dem Schulhof, wo man auch gemerkt hat, verdammt, das war der Sache auch nicht dienlich für das Einsatzkommando, das da kam. Die mussten sich da erstmal durch besorgte Eltern drängeln und so weiter und nach einer Stunde war dann klar, das war ein Fake, alle konnten raus, aber es gab eben Schülerinnen und Schüler, die danach Panik hatten zur Schule zu gehen, die psychologisch betreut werden mussten und es waren, am Ende war es ein 14-jähriger Junge, der noch nie mal auf der Schule war und er wurde angestiftet aber von, ich glaube drei aus der Schule und ja, das hatte insofern Konsequenzen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen diesen Amoknopf, diese Betätigung, das müssen wir mal verändern und das ist jetzt gemacht worden und man hatte halt auch nochmal gesagt, wir brauchen eine bessere Kommunikation zwischen Polizei und Schule, weil dann gab es irgendwie Probleme mit den Schlüsseln, wo sind eigentlich die Schlüssel für die Türen, damit die Polizei da reinkommt, die muss ja nicht all dieses Ding da aufbrechen, das wurde jetzt auch besser gemacht und ja, ganz spannend war natürlich auch die Tatsache, was macht man jetzt mit so den Schülerinnen und Schülern, die das da initiiert haben, die so ein Wahnsinnsaufgebot da gemacht haben und ja, alle Anklagen wurden fallen gelassen, es ist nichts draus gekommen. Kann mir das richtig gut vorstellen, du bist da mit deinen Kumpels und du stehst vor diesem Knopf und dann sagen die, komm, drück mal, drück mal und dann hast du so einen Kurzschluss im Kopf. Wenn er das tue, sei er ein Ehrenmann. So wurde das formuliert. Ja, und dann bist du Teenager und dann willst du es den anderen mal beweisen und das ist einfach nur so ein kleiner Funken im Gehirn, der irgendwie mal in die falsche Richtung geleitet wird und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie schnell man da in Versuchung kommt, das zu machen. Ja, und dann aber so ein, dann ziehst du so ein Brett hinter dir her. Wir haben es ja schon oft auch im Podcast mal darüber gesprochen, dass es manchmal so diesen Sekundenmoment gibt, wenn wir darüber reden, Polizeiverfolgung, leuchten hinter dir die Sirenen auf. Wann ist der Moment, wo du sagst, ich drück aufs Gas? Das war der Neue Welle Podcast 2959. Vielen Dank fürs Einschalten, viele liebe Grüße auch an Mario, dass er kurz mit uns gesprochen hat. Wenn ihr selbst der Meinung seid, mit euch stimmt was nicht und ihr glaubt, ihr könntet vielleicht auch irgendwas mit Depressionen zu tun haben, 116 117 unter der Telefonnummer findet ihr Hilfe. Hast du das gerade so schnell rausgesucht? Nein, das weiß ich. Krass, cool. Oder 0800 1110 222. Ich hatte das letzte in einer anderen Sendung auch drin gehabt. Danke, bis nächste Woche.